Das ist die scharfe Messer, du. Die stören sich doch. Guck mal hier, hier. Alter, Alter, kennst du heute nicht, dass du mit Fremdenhunden Kontakt hast? Auf einmal, das ist kein Problem. Ja, ich bin doch dabei. Tanzel ist ja sehr resistent. Der Frau hat es so lange gespürt, auch, dass alle mitmachen. Wo ist denn der Sackgabe? Unter meinem Spuhl. Das fällt ihr dann gerade an, das ist doch ganz nett. Ich kann dir den abstellen. Der Vater von dir gekommen. Undi, 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 oh. Grüß dich mit dir, Süße. Möchtest du noch nicht mal gucken? Guck mal, den kannst du doch einfach runter. Komm her. Komm, wir müssen uns zusammen. Hallo, meine Süße. Verschwammeltes Älmchen. Immer mal.